Hallo! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der Göre Röhre. Mein Name ist Michael Göre. Ihr seid auf meinem Kanal. Wenn euch das jetzt überrascht, dann habt euch vielleicht verlaufen oder ihr seid Dirk-Bernemann-Fans. Beides ist mir recht, beides ist mir lieb. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute heißt es mal wieder Ein Buch, ein Bier und ich freue mich sehr das neue Buch von meinem werten Kollegen und Kumpel Dirk-Bernemann Schützenfest vorstellen zu dürfen. Aber da kommen wir natürlich gleich erst zu. Wer das Format kennt, weiß, erstmal wird ein Bierchen geöffnet. Schützenfest deutet es ja schon so an vom Titel her. Das Ganze ist so ein bisschen in der Provinz angesiedelt und ich bin in letzter Zeit auch sehr oft in einem Landstrich, den man gerne provinziell nennen kann. Ich nenne ihn ländlich und gemütlich. Aber da gibt es auch das eine oder andere Schützenfest und zwar in dem Raum Eschwege und deswegen gibt es heute das Eschweger Klosterbräu. Okay, ein Pilz, Eschweger Klosterbräu, das Bier für hier. Also ich bin ja jetzt hier, insofern alles okay. Ausgewählte Zutaten, unsere Erfahrung als Privatbrauerei und leidenschaftliche Brauer prägen den regionaltypischen Geschmack unserer Biere. Tettnanger Aromahopfen, Hallertauer Tradition verleiht unserem Pilz die feinherbe Note. Also es ist Hallertauer Tradition, meine Fresse. Die hauen mal richtig auf die Kacke. Sitzt auch in Eschwege, also alles klein und knuffig und ich probiere das jetzt erstmal. Ja, Umdrehungszahl auch ganz klassisch, 4,8%. Geht ein bisschen schwer auf. Das Eschweger Pilz ist sehr renitent, kann man sagen. Und ja, Prost erstmal. Willkommen beim ASMR-Anteil dieses Reviews. Ja, kann man nicht anders sagen. Klassisches Pilz. Aber ihr wisst ja, wie es läuft, wenn ihr öfter mal zuschaut oder auf meinem anderen Kanal TV Jungs Musik. Ich werde während des Reviews noch ein paar Schlucke nehmen und dann kommt erst das Resümee zum Bier. Kommen wir jetzt zum kulturellen Teil, zum Buch. Wie gesagt, es heißt Schützenfest, ist von Dirk Bernemann erschienen im Heine Hardcore Verlag. Ein Roman mit 223 Seiten und im Hardcover. Also ein richtig schönes, rundes Ding im wahrsten Sinne des Wortes, so eckig es auch ist. Und ja, wer Dirk Bernemann noch nicht kennt, er kommt aus dem ländlichen Raum, aus der Region Kossel, der nämlich jetzt nicht alles super täuscht. Wohnt seit einigen Jahren in Berlin. Er hat damals einen Riesenerfolg gehabt mit seinem allerersten Buch, das bei einem No-Name-Verlag rauskam. Er war ein literarischer No-Name. Ich habe die Unschuld kotzen sehen. Und das ist vor allen Dingen so in der Alternativen und Schwarzen Szene ziemlich eingeschlagen und hat dann irgendwie, ich glaube, 40.000 Stück verkauft, was für einen kleinen Verlag absolut sensationell ist. Und auch für einen großen Verlag wäre es ganz ordentlich. Seitdem hat der rausgehauen ohne Ende. Mir sagen die Leute immer so, boah, du hast schon zehn Bücher draußen. Der Mann ist jetzt, glaube ich, bei Nummer 14 oder sowas. Also der ist noch deutlich produktiver als meiner einer. Und ich weiß gar nicht, wo der die Zeit hernimmt, weil er nebenher auch noch in der Pflege arbeitet. Und ja, meistens sind seine Bücher, ich sage mal, düster gehalten. Jetzt nicht im Sinne von Gothic, auch wenn die Szene ihn sehr anhimmelt. Das Ganze hat so einen sehr urbanen, dunklen Stil. Es ist sehr auf die Seele der Menschen gerichtet. Und er packte halt auch Themen an, die nicht immer angenehm sind. Asoziales Wohnen war so ein Thema. Dann hatte er einen Titel Trisomie, so ich dir, glaube ich, hieß das, wo es halt um Trisomie 21 ging. Heißt die Krankheit so? Ja, ich glaube ja. Gab es bei mir in der Familie auch. Ich sollte das eigentlich wissen. Wurde früher auch Down-Syndrom genannt, aber inzwischen sagt man das nicht mehr. Die Zeiten ändern sich und manche Leute werden tatsächlich sensibler in der Sprache. Yay! Und konkreter auch, weil Down-Syndrom stimmt halt einfach nicht. Und egal. Jedenfalls solche Themen fasst dir gerne an. Umso überraschter war ich, dass sein neues Cover, als das in der Vorschau war, doch sehr bunt ist. Und der Titel Schützenfest klingt halt sehr anders als das, was er bisher gemacht hat. Er hat auch ganz gerne immer so Wortspiele oder sehr längere Titel. So, ich bin schizophren und es geht mir allen gut, ist zum Beispiel so ein Titel. Und da ragt das Album, das Album sag ich schon, der Roman doch jetzt sehr raus. Und ich habe ihn innerhalb sehr kurzer Zeit gelesen, obwohl ich in letzter Zeit nicht mehr so gut Romane lesen kann. Irgendwie, ich glaube so dieses ganze Social-Media-Ding und so, hat mir so ein bisschen die Konzentrationsfähigkeit versaut. Vielleicht sollte ich da mal irgendwas gegen tun. Das wäre ganz gut, weil ich früher sehr gerne sehr lange Bücher gelesen habe. Das sind wie gesagt 223 Seiten. Aber 223 Seiten können auch mal schwer zu lesen sein. Aber das habe ich sehr schnell durchgehabt eigentlich, weil man will es auch nicht aus der Hand legen. Das kann ich schon mal sagen. Aber kommen wir erst mal dazu, worum geht es eigentlich? Es geht um Gunnar Bäumer. Und ja, dort ist ein junger Mann, Ende 20 oder Mitte 30. Mitte 30 ist er, glaube ich. Und der ist halt in der Provinz aufgewachsen, in Dörrfeld. Irgendwo in Westfalen. Dörrfeld gibt es nicht. Brauchte jetzt nichts zu suchen. Das hat sich der ausgedacht. Aber es steht halt stellvertretend für solche kleinen Orte. Etwas über Dorf, weit unter Kleinstadt, wo halt nicht viel los ist. Außer einmal im Jahr, wenn schützenfest ist. Und ausgerechnet zu dieser Zeit hat sich Gunnar bereit erklärt, das Haus seiner Eltern zu hüten. Die wollen eine Woche wegfahren. Und ja, irgendjemand muss sich um den Garten kümmern. Und vor allen Dingen um die Fische im Teich. Die müssen ordentlich gefüttert werden. Und die Rosen müssen ordentlich gegossen werden. Weil sonst sterben die. Und das geht natürlich nicht. Ja, und deswegen kehrt Gunnar mehr unwillig als bereitwillig zurück nach Hause in die Heimat. Und ja, es hilft ihm so ein bisschen, sich von seiner gerade erst stattgefundenen Trennung abzulenken. Aber so richtig kommt er, nachdem er jetzt in Berlin jahrelang gelebt hat, nicht mehr mit dem ganzen drumherum klar. Ich setze mich auf den Liegestuhl meiner Mutter, nachdem ich mir in der Küche einen Filterkaffee zubereitet habe. Im Wohnzimmer habe ich noch den sogenannten Gästeaschenbecher gefunden. Der heißt aber erst so, seit mein Vater nicht mehr raucht. Davor hieß er einfach Aschenbecher. So sitze ich da und starre in das irre Geblühe und Gesumme im Garten. Zwischen den Blumenbeeten und Zierpflanzen haben meine Eltern ein paar weiße Figuren platziert. Ein Hasen, ein Seniorenpaar, das sich an den Händen hält, ein Lauffogel. Etwa 5 Meter von mir entfernt steht ein Schuppen, den mein Vater gebaut hat, in dem er ein paar Gartengegendengeräte und den Rasenmäher aufbewahrt. Ich überlege, wann ich zuletzt etwas gebaut habe. Versuche mich zu erinnern, wann ich zuletzt etwas repariert habe. Ich komme nicht drauf. Ich habe mich nicht in den Sinne meiner Eltern entwickelt. Ich bin so ein Typ geworden, der sie absolut nichts angehen würde, wenn sie nicht mit ihm verwandt wären, weil er nichts tut, was sie gut finden. Und jetzt sitze ich hier wie eine von ihren Gartenfiguren. Genieße die Ruhe als teilnahmsloser Zuschauer, beobachte ein paar Bienen, die sich mit Blüten paaren. Schließe die Augen, es geht eine leichte Brise. Der Zigarettenrauch vermischt sich mit dem Geruch der Natur. Blütenstaub und Tabak. Ich neige den Liegestuhl noch etwas nach hinten. Ja, man sieht schon, das Ganze ist so ein leicht deprimiertes Bild dieser Vor-Vor-Ort-Idylle, dieser Dorfgesellschaft und wie sie sich aufstellt. Ich meine, eigentlich kann niemand so sehr in der Stadt geboren worden sein, dass er solche Szenarien nicht auch mal irgendwie mitgekriegt hat, sei es durch Verwandtschaft, sei es durch die Kindheit. Es hat was Heimeliges, es hat aber auch was wirklich Deprimierendes. Aber jetzt kommt das Schöne an der ganzen Kiste. Das Ganze ist so eine Hassliebeserklärung an seine alte Heimat. Es gibt immer wieder auch Aspekte, die er schön findet, die er gut findet. Er wird dann ziemlich schnell von der Gemeinschaft der Nachbarn dazu gedrängt, auf das Schützenfest zu gehen. Und ja, was macht man auf dem Schützenfest? Man eskaliert hart, man besäuft sich bis zum Gehtnichtmehr. Und da gehen auch schon mal Sachen schief. Viel mehr will ich gar nicht von der Handlung verraten, weil es passiert nicht so rasend viel. Es ist kein Action-Roman, aber erstaunlicherweise ist er trotzdem spannend. Also man will trotzdem am Ball bleiben, was denn so jetzt das Innenleben des Protagonisten angeht. Und was ich halt gut finde, ist, dass es einerseits wirklich dunkle Szenen gibt und ja, Abstürze, sei es jetzt alkoholischer Natur als auch seelischer Natur. Aber er nimmt das auch alles so mit so einer lakonischen Art und mit so einer Prise Humor auch. Und das, also ich kenne Dirk ja schon länger und ich weiß, dass er das kann. Und das macht er aber nicht so oft. Das macht er sehr wohl dosiert. In dem Buch lässt das ein bisschen mehr raus und ich finde, da steht der Sache ziemlich gut. Ich bin mir sicher, man könnte die Erziehung, die hier fast jedem Kind meiner Generation zuteil geworden ist, auf diese 13 Punkte herunterbrechen. 1. Sei haltmäulig. 2. Sei emissionsleise und anweisungslaut. 3. Lebe unauffällig und kardial verhärtet. 4. Sei tiefenskeptisch bei allen Dingen, die versuchen, dein Leben zu ändern. 5. Übe dich in Übellaune. 6. Sei so nachkommenschützend, dass deine Nachkommen kaum bemerken, ein eigenes Leben zu haben. 7. Behalte dein Lächeln. Klammer auf. Für dich. Klammer zu. 8. Sei konfliktfördernd ohne direkte Teilhabe am Konflikt. 9. Auch wenn du keine Stabilität hast, zeige sie. 10. Schütze Haus, Einkommen und Vertraute in dieser Reihenfolge vor den Zugriffen externer. 11. Hege keine Skepsis an den Wegen deiner Ahnen. 12. Vertraue nur jemandem, der seine Familie liebt und bestenfalls eine eigene gegründet hat. 13. Eskaliere positiv auf Volksfesten. Ja, das mit dem Positiv eskalieren, das funktioniert dann in der Handlung selber nur so mittel, weil er auch natürlich seiner ganzen Vergangenheit begegnet. Alten Flammen, alten Bekannten, alten Feinden. Und das ist schon ganz schön. Und er vergleicht dann auch so seine Lebensart mit deren Lebensart. Und ja, das finde ich fantastisch. Ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt. Dirk und ich sind ja uns relativ ähnlich, was so Biografie angeht. Beide eher ländlich geboren. Beide im Jahr 75. Beide in die größeren Städte geflüchtet. Und ja, beide schreiben wir halt und halten uns da auch nicht irgendwie damit auf, irgendwelche Formen, Ansprüche zu befriedigen. Wir schreiben halt so, wie wir wollen. Und trotzdem sind wir grundverschieden. Und das finde ich halt so schön an Literatur, dass das geht. Was bei Dirk halt wahnsinnig auffällt, ist, dass er unfassbar auf Details eingeht, dass er in die Seelen der Leute eindringt. Es gibt wenig Dialog eigentlich. Also dafür, dass er hier sehr viel Personal drin ist und dass doch so ein Schützenfest ja eigentlich auch so eine Basis für Dialog ist und so weiter, geht es immer mehr um die Details, die er beobachtet und halt um das Innere von Gunnar und was so in ihm vorgeht. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und es ist, wie gesagt, tatsächlich spannend. Und das muss man erst mal hinkriegen mit einer relativ kompakten Handlung. Das Ganze spielt in drei Tagen. Plus dann nochmal so ein Epilog, der nochmal ein bisschen die spätere Zeit beleuchtet. Ja, ich will gar nicht mehr großartig drum herum reden. Wer gute Literatur zu schätzen weiß, wer gute moderne Literatur zu schätzen weiß, sollte sich auf jeden Fall schützenfest zulegen. Es ist nicht irgendwas, wofür man Germanistik studiert haben muss. Es ist nichts Verkauftes. Es ist sehr natürlich einfach alles, wie alles passiert und wie es geschrieben und beschrieben ist. Und das finde ich einfach großartig. Es ist für mich tatsächlich von Dirk bis jetzt meiner Meinung nach tatsächlich das beste Buch, weil es zu seiner Ernsthaftigkeit so eine gewisse Luftigkeit reingebracht hat und so ein verschmitztes Lächeln so. Ja, so schlimm ist ja alles gar nicht. Und komm, lass dich nicht immer so runterziehen. Ganz große Leistung. Wie gesagt, Schützenfest von Dirk Bernemann. Ist erschienen im Heine Hardcore Verlag. Und ja, ist ein großer Verlag. Also das Buch kriegt ihr überall, wo man Bücher kriegt. Holt es euch. Ich habe es sehr, sehr genossen, es zu lesen. Und ich habe auch schon eine Live-Lesung jetzt damit gesehen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dirk Bernemann, Schützenfest. Ganz klare Empfehlung meinerseits. So, damit kommen wir jetzt zum Eschweger Klosterbräu. Ich habe bei ein paar Katz tatsächlich noch ein paar Schlucke genommen. Und ich muss sagen, das könnte ich auf dem Schützenfest gut trinken. Ist angenehm, hat aber leider nicht so den ganz eigenen Charakter meiner Meinung nach. Also es ist halt wirklich ein normales Pilz. Also schmeckt ein bisschen besser als so ein normales, was weiß ich, Warsteiner Felddienst oder sowas. Bisschen also eine wirklich eigene Note hat es nicht. Aber es ist ein sehr gutes Pilz, was man so wirklich, glaube ich, sehr gut weg schnabulieren kann. Sei es aus der Flasche oder auch gezapft. Insofern, wenn ihr mal ein anderes Pilzchen probieren wollt, Eschweger Klosterbräu. Also falsch machen kann man damit meiner Meinung nach nix. Nicht zu herb, nicht zu lasch. Gutes Mittendrin Bier und ja, könnte ich mich in Autoscooter setzen. Oder auf einen Holzadler schießen. Irgendwie sowas, was einem halt Spaß macht. Ich hatte nach dem Roman auf jeden Fall so ein bisschen wieder das Bedürfnis, auf irgendein Volksfest zu gehen oder tatsächlich mal wieder auf ein Schützenfest zu gehen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war zwei Jahre im Schützenverein. Da war ich aber auch elf und zwölf und das war eine Idee meiner Eltern, weil sie meinten, ich müsste mich doch irgendwie zu einem sozialen Wesen entwickeln. Und da wäre es doch ganz gut, wenn ich auf Dinge schießen kann. Ich weiß nicht, ob meine Eltern ein bisschen amerikanisch geprägt waren in der Hinsicht. Ich kann es nicht empfehlen. Das war keine für mich angenehme Zeit, weil da doch sehr merkwürdige Leute waren. Aber vielleicht sind die alle so. Und irgendwie, wie es im Buch steht, es ist manchmal ein bisschen spackig, ein bisschen ranzig. Aber es hat auch was Heimliches. Nur wenn es zu heimlich wird und die Leute dann anfangen, komische politische Sachen zu äußern, dann wird es unangenehm und dann ist Zeit zu gehen. Jetzt ist auch Zeit für euch zu gehen bzw. noch ein anderes Video zu gucken oder die Wand anzustarren oder ein gutes Buch zu lesen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch mehr von meinen Inhalten sehen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal. Ich würde mich auch über jegliche Kommentare und Daumen rauf und Daumen runter freuen, weil dann der Algorithmus von YouTube das Ganze ein bisschen positiver bewertet und ich dann mehr Chancen habe, aus dieser Bubble, in der man ja immer ist, vielleicht mal herauszudringen und irgendwelchen anderen Leuten empfohlen zu werden, die dann vielleicht Spaß dran haben. Insofern könntet ihr mir da auch ein bisschen helfen. Und ansonsten erzählt es einfach im Real Life weiter. Vielleicht habt ihr ja Freunde im Gegensatz zu mir. Ich habe schon Freunde, aber nicht so viele. Jedenfalls vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.